Ich bin Bilal Kamari, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Berlin und bin Content Creator. Die Challenge wird sehr sportlich werden, ich glaube, die werden sehr gut gefordert werden, aber ich bin, glaube ich, gut darauf vorbereitet. Ich respektiere meine Gegner, aber im Endeffekt, ich will der Gewinner sein, ich will hier als Sieger rausgehen und das werde ich auch machen. Yes!